Goblin über Goblin Oh, Aua Das war gerade Ich bin nicht aufgehoben Ich kann nicht verschwinden Ja, Trö, woran bin ich gerade kapiert? Ich bin gerade Lass mich in Ruhe Hallo Hör auf mich, hör auf Du brennst, geh weg Ich will mal deine Freundin zu ziehen Vorsicht, der isst dich Ich würde zehnmal Mach auf takich Ich will einen Oh, ich bin in kleinen Ich habe einen Pizzen. Was? Ja, da ist es gut. Okay, direkt. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Let's kill her. Oh, fuck. Alter! Pfff! Oh, was war denn hier? Nehmen... Zurichtung. Was ist das? Äh... Achso, ja klar. Arcan und... Was macht das dann? Aber ich hab hier einen Stark! Ah, komm! Notfall-Teleport. Wieso, ich lass den einen da liegen, ne? Ähm... Naja, ich hab den Hammer und den... Oh, was macht der? Ein Zufallswort. Ich weiß nicht, wie ich das möchte. Schmeißt der denn eigentlich was weg hier? Ich hör dir gerne den Hammer wieder. So... Mal gucken. Das war ja schon mal ein ziemlich heftiger Kampf... Oh Gott nein. Hey! Nee, 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 nee! Oh Gott nein! Nein, ich will hier raus, ich will hier... Ich will hier raus, aber das ist zu mies, ey. Ja, genau, beleg mich einfach irgendwo wieder. So, äh, das. Das. Äh, das, 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 das. Oh, mir muss ich nie wieder da hochlaufen. Okay, du bist. Okay. Hier. So, äh, so, äh, ja. Ja, ja, ja. Nein, 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 nein! Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott! So, und jetzt hab ich vorhin noch die coole Combo, das Akkran und das Feuer. Ja, leider hab ich Ich stirb Die Schicht im Schacht hier Die heilen sich offensichtlich immer selber und dann ist es gar nicht so einfach Okay, ich weiß leider was hier auf mich zukommt Ansonsten hättet ihr jetzt die wunderbare Gelegenheit mir dabei zuzugucken wie ich ganz übel sterbe Und deshalb Geht's mir da her? Ich hab dich Hier geht eine Feuer echt gut drauf Mal gucken was es hier so gibt Ein Kühlschrank Ein Kühlschrank Ein Froststab Der was kann Froststab Hygische Niveauung Frostbrand Unterkühlung oder Kältung Pazierfähigkeit Kälteimmunität Aura Das ist doch Cooler als dieses andere Dingens So Und ab jetzt ist das übrigens Blind Wie man schon mal gesagt haben Viel weiter als je bin ich nicht gekommen damals Ich stell mich gerade doch wesentlich besser an Obwohl ich schon zweimal aus Dummheit bestorben bin Also die Blitzfeuerkombination macht echt Spaß Oh Gott das sieht schon wieder nach dem Endkampf aus ja Woo system H hide doch nicht Das ist doch nicht Ja H he he Palestin Fynn Nee 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 Oh ja genau, mach doch einfach ein bisschen Au Oh Gott Kannst du natürlich versuchen Scheiße, jetzt habe ich selbst ausgelöst Nein Scheiße Oh 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 Gegenheilen, gegenheilen Flut Heil dich gegen Oh 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 Ja Hey Oh 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 Scheiße. Na komm, nochmal. Das hat mir jetzt nicht so viel getan, wie ich das gehofft habe. Das hat mir nicht so viel getan. 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 Das ist echt heftig. Das hat mir nicht so viel getan. 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 Das hat mir моя Frau. Tschuuhu.